Musik Der Wachstumskern Frankfurt-Odeis-Lüttenstadt ist Teil der deutschen Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Wir verstehen uns als wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Anker für die Region. Die Stärke des Standortes Eisenhüttenstadt liegt in hochmotivierten, flexiblen und sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern. Arquimia Deutschland ist ein Rettung und Frankfurt-Odeis ist eine gute Erfahrung. Also, wir freuen uns, dass ihr hier seid und ihr euch auch hier seid. Pro Group produziert mit 200 Beschäftigten bereits seit 2010 am Standort in Eisenhüttenstadt hochwertiges Weltpappen-Rollpapier. Wir haben hier ein hochmotiviertes Personal gefunden, mit dem wir in der Lage sind, hoch effizient unsere Maschine zu betreiben. Die Wilma Heckmann wurde in NS-1993 hier angewiesen in Eisenhüttenstadt. Wir haben Standort 135 Mitarbeiter. Die Infrastrukturmaßnahmen, die die Stadt Eisenhüttenstadt in den letzten Jahren durchgeführt hat, bietet uns einfach gute Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln. Die BCC wird einer der soliden Partner für die Stadt, die logistische Aktivität in dieser Region entwickelt. Die Frankfurt-Odeis ist perfekt in unserer Strategie. Eisenhüttenstadt als Industriestandort hat hervorragende Voraussetzungen für uns. Die Kooperation mit Universitäten spielt eine sehr große Rolle, gerade bei der Ausbildung der dualen Studenten. Für die Zukunft haben wir geplant, uns am Standort Eisenhüttenstadt zu vergrößern. Unsere Vision ist es, in den nächsten fünf Jahren die Unicaps auch international zum Branchenprimus für nachhaltige Kaffee- und Tee-Kapseln zu etablieren. Und dafür ist der Standort in Frankfurt-Odeis hier optimal. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Möglichkeit, für weitere Investitionen in der Region zu vergrößern. Bei der Suche nach kein Standort haben wir uns hier für Frankfurt-Odeis hier, dass wir hier das Gefühl haben, dass wir hier willkommen sein. Die Betreuung vor Ort war hervorragend und das hat letztendlich auch den Ausschlag gegeben, dass wir uns hier angesiedelt haben. Der regionale Wachstumskern Eisenhüttenstadt Frankfurt-Ode ist sehr wichtig für die Region. Die Infrastruktur ist sehr gut aufgestellt. Wirtschaftsförderung ist Chefsache. Für Ansiedlungen sind wir stets bereit und die Voraussetzungen sind geschaffen. Ischbä